Ich lerne Deutsch. Nummer 14452 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich schlage vor, das Problem genauer zu betrachten. Ich schlage vor, das Problem genauer zu betrachten. Ich brauchte ein paar Monate, um die richtige Motivation zu finden und zu wissen, wie ich vorgehen muss. Ich brauchte ein paar Monate, um die richtige Motivation zu finden und zu wissen, wie ich vorgehen muss. Das Buch ist so poetisch, dass es mich tief berührt. Das Buch ist so poetisch, dass es mich tief berührt. Das Buch ist so poetisch, dass es mich tief berührt. Er ist ein sehr tüchtiger Mitarbeiter und erledigt seine Aufgaben immer pünktlich. Er ist ein sehr tüchtiger Mitarbeiter und erledigt seine Aufgaben immer pünktlich. Betont, dass der Mitarbeiter sehr fleißig und kompetent ist und seine Arbeit stets rechtzeitig erledigt. Nach einem langen Arbeitstag sehne ich mich nach Entspannung in der warmen Badewanne. Nach einem langen Arbeitstag sehne ich mich nach Entspannung in der warmen Badewanne. Wir müssen uns in Zukunft mehr um die sozialen Medien kümmern. Dafür wird es eine eigene Abteilung geben. Ich laufe vor der Arbeit immer wenigstens eine Stunde. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like.